Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Lehrvideos. Hier wird der grundsätzliche Vorgang der Kristallerholung erklärt. Unter der Kristallerholung wird die Entspannung des Kristallgitters nach einer plastischen Verformung verstanden, ohne dass es dabei zu einer Neubildung des Gefüges oder einer Korngrenzenverschiebung kommt. Vorgänge zur Erholung einer Kristallstruktur werden nicht nur nach der Verformung eines Bauteils oder nach dem Abschrecken eines Werkstoffs von hohen Temperaturen nötig, sondern auch nach einer Bestrahlung mit energiereichen Teilchen. Das Ziel ist es, die entstandenen inneren Spannungen im Werkstoff abzubauen und damit auch die mechanische Verzerrungsenergie. Durch Temperaturerhöhung wird die erhöhte Energie abgebaut und damit die ursprünglichen Eigenschaften des Gefüges wieder zurückgeführt. Es gilt somit auch, die durch die Kaltverformung verschlechterte Duktilität des Werkstoffes wieder zu verbessern. Diesen Vorgang nennt man Kristallerholung. Das grundsätzliche Prinzip der Kristallerholung ist das Erwärmen und Halten bei leicht erhöhter Temperatur kleiner als 100 Grad Celsius. Die dynamische Erholung findet schon während des Umformprozesses statt, die statische jedoch erst danach. Dabei wirken zwei parallel auftretende Effekte, und zwar die Ausheilung und die Umordnung null- und eindimensionaler Gitterbaufehler, also der Punktfehler und Versetzungen. Bei dieser Kombination komplizierter neuer Anordnungen von Atomen im Kristallgitter wird die Zahl der Versetzungen reduziert und damit die inneren Spannungen abgebaut. Dies minimiert die Gesamtenergie des Werkstoffs. Während der Ausheilung null-dimensionaler Fehler diffundieren Zwischengitteratome in Gitterleerstellen. Bei der Ausheilung eindimensionaler Fehler kommt es zur Auslöschung der Versetzungen, der sogenannten Annihilation und zur Polygonisation, also zum Zusammenführen von Versetzungen. Betrachten wir die Vorgänge bei der Ausheilung eindimensionaler Fehler im Einzelnen. Die Annihilation von Stufenversetzungen wird auch Versetzungsvernichtung genannt. Hierbei löschen sich Versetzungen ungleichen Vorzeichens aus und geben ihre Verzerrungsenergie vollständig frei. Die Versetzungsdichte nimmt dabei ab. Voraussetzung allerdings ist, dass die Stufenversetzungen klettern. Das heißt, nicht nur in einer Ebene gleiten, sondern sie müssen sich auch eine Ebene nach oben oder nach unten bewegen. Wie hier gezeigt, kann man sich diesen Vorgang gut vorstellen, indem die erste Versetzung von links nach rechts und die andere mit umgekehrtem Vorzeichen von rechts nach links gleitet. Dabei ist die Gleitebene dieselbe. Treffen beide Versetzungen aufeinander, so bilden sie eine vollständige Netzebene, die genauso wie alle anderen Netzebenen Teil des idealen Kristallgedass ist. Die Versetzungsanzahl wird dabei stets um 2 reduziert. Allerdings vollziehen sich diese Vorgänge erst bei höheren Temperaturen. In der Regel sind Erholungsvorgänge bei 40% der homologen Temperatur. Das ist die Einsatztemperatur bezogen auf die Schmelztemperatur des Werkstoffs in Kelvin. Bei der Polygonisation, auch Versetzungsrekombination genannt, klettern zwei Stufenversetzungen gleichen Vorzeichens übereinander. Beide Stufenversetzungen gleiten dabei auf einer Ebene. Wenn sich diese zwei Versetzungen zu einer Versetzung größeren Ausmaßes kombinieren, sinkt die Versetzungsanzahl um 1. Diese nunmehr größeren Versetzungen stellen sich in Kleinwinkelkorn-Grenzen senkrecht übereinander, weil dadurch die innere Energie im Kristallbereich um diese Wand herum wesentlich verringert wird. Dadurch werden die verformten Kristalle in verzerrungsärmere Subkörner unterteilt. Durch die Bildung von Kleinwinkelkorn-Grenzen erfolgt ebenfalls ein Spannungsabbau, da die Verzerrung des Gitters rückgängig gemacht wird. Bei allen drei Erholungsvorgängen bleiben das alte Gefüge und die zuvor ja oft absichtlich herbeigeführte Verfestigung weitestgehend erhalten. Das ursprünglich ausgebildete Gefüge, also die Kornform und Korngröße, werden demnach bei allen Vorgängen nicht verändert. Jedoch wird die Duktilität, also die plastische Verformbarkeit des Werkstoffes erhöht. Damit wird vor allem die Lebensdauer der Werkstoffe erhöht. Gegebenenfalls werden nachfolgende Verformungsvorgänge möglich. Erholungsvorgänge verändern die physikalischen Eigenschaften wie elektrischen Widerstand und Permeabilität. Die mechanischen Eigenschaften hingegen bleiben nahezu erhalten. Die Kristallerholung wird beim Spannungsarmglühen, künstlichen Alterungsprozess von kalt geformten Federn und der Leitfähigkeitssteigerung bei kalt geformtem Kupfer eingesetzt. Zusammenfassung Erholungsvorgänge sind durch Ausheilen von Gitterfehlern und deren Umordnung charakterisiert. Beim Ausheilen null- und eindimensionaler Gitterfehler kommt der Prozess der Anihilation zum Einsatz, wobei sich Versetzungen ungleichen Vorzeichens auslöschen. Voraussetzung ist, dass die Stufenversetzungen klettern. Die Umordnung teilt sich in zwei Prozesse auf, die Polygonisation und die Bildung von Kleinwinkelkorngrenzen der sogenannten Subkorngrenzen. Während der Polygonisation bewegen sich die Versetzungen gleichen Vorzeichens durch Klettern und Quergleiten in energetisch günstigere Lagen. Diese Versetzungen ordnen sich in der Form von Kleinwinkelkorngrenzen an. Im Gegensatz zur Rekristallisation kommt es bei der Kristallerholung nach einer plastischen Verformung zu keiner Gefügeänderung. Festigkeit und Härte sinken nur geringfügig, aber die Duktilität und damit die plastische Verformbarkeit nehmen zu. תsche und Härte sinken nur geringfügig, veel Saintsch 그리고 Schans prechet flüssig, es bere ROOTI, Es wird nach Technik sollege noch auf Ursch erreite eurer, Untertitelung des ZDF, 2020